Hallo und Willkommen! Wie kam es eigentlich dazu, dass XXX Lutz zum zweitgrößten Möbelhändler der Welt wurde? Wagen wir gemeinsam einen kurzen Rückblick. Begonnen hat die Erfolgsstory bereits im Jahr 1945 mit der Gründung des Unternehmens im österreichischen Haag am Hausruck. Mit einem Stammhaus und ein paar Möbelwegen legten Gertrude und Richard Seifert den Grundstein für die große Expansion in den 70er Jahren. Dank modernster Unternehmensentwicklung und eben solcher Managementstrategien setzten sie einen beispiellosen wirtschaftlichen Erfolg in Gang, der auch im neuen Jahrtausend noch anhält. Das zeigt sich 1999, als Lutz das bis dato größte Möbelhaus im Brunnen am Gebirge eröffnet und sich folgerichtig in XXX Lutz umbenennt. Und seit dem Jahr 2000 wächst XXX Lutz auch in Deutschland. Die 2003 veröffentlichte Rangliste der Organisation Europe's 500 reite XXX Lutz in die Top 20 der dynamischsten Unternehmen Europas. Die Kriterien dafür sind Wachstum, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Rentabilität sowie unternehmerisches Engagement. Darauf kann man stolz sein, finden wir. Stolz ist XXX Lutz auch auf seine größten Möbelhäuser, die in Nürnberg und München stehen. Und dank des unglaublichen Wachstums und der voranschreitenden Expansion ist XXX Lutz der derzeit zweitgrößte Möbelhändler der Welt. Wussten Sie schon? In den XXX Lutz Filialen arbeiten ca. 18.000 Mitarbeiter, darunter über 1800 Lehrlinge daran, dass ihre ganz persönlichen Wohnträume und Wünsche erfüllt werden. Und um ein Unternehmen über so lange Zeit erfolgreich zu führen, bedarf es motivierter Mitarbeiter. Wer gut ausgebildet ist, der ist motivierter im Job. Daran glauben wir bei XXX Lutz. XXX Lutz ist ein Privatunternehmen, in dem alle Mitarbeiter in ein qualifiziertes Personalentwicklungsprogramm eingebunden werden. Insgesamt werden pro Jahr 350.000 Stunden hierfür aufgewendet. Das hervorragende interne Aus- und Weiterbildungsprogramm begleitet unsere Mitarbeiter von Beginn an, auf allen Karrierestufen. Besonders ernst nimmt XXX Lutz seine Verantwortung als Ausbildner. Die modernen Vorhang-, Küchen- und Lehrlingsakademien ermöglichen eine umfassende Ausbildung und damit beste Aufstiegschancen für unsere Lehrlinge. Unser Motto lautet, mit Sonne im Herzen gemeinsam zur Nummer 1. Und bei jedem Besuch können unsere Kunden spüren, dass dieser Satz ernst genommen und in die Tat umgesetzt wird. Mit XXX L-Einsatz arbeiten aber nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern alle XXX Lutz Partner. XXX Lutz, das bedeutet riesige Auswahl zu sensationellen Preisen. Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie das möglich sein kann? Dank unserer hervorragenden Partner und langjährigen Beziehungen zu unseren Lieferanten können wir unser großes Sortiment auch so erstaunlich preiswert anbieten. Und davon profitiert jeder, der bei uns einkauft. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass wir in Österreich und Deutschland bereits über 10 Millionen zufriedene Stammkunden haben. Tja, Sie sehen schon, bei uns ist eben wirklich alles XXX L. Damit garantieren wir Ihr XXX L-Einrichtungserlebnis. Wir sehen uns wieder bei XXX Lutz.